Ah, das geht so schön schnell. Hm, wie, mein Magen ist voll, da ist da noch Platz. Ja, nur wegen den paar Krümeln da, die jetzt da nicht reinpassen. Dann packen wir hier noch eine Reihe Steine hin. Und dann wird das auch gleich passen. So. Ähm, essen wollte ich jetzt erst. Geht ihr das, wenn euer Gehirn manchmal einfach so aussitzt und ihr vergesst, was ihr gerade machen wolltet? Das habe ich eigentlich ständig. Gott, wir werden zu viel. Oh nein, schon leer? Hm. Ich glaube, wir machen hier mal eine Rampe hin. Ich schütte das jetzt einfach nur daneben. Ich habe jetzt keinen Bock hier großartig was zu machen. Ja, war ein bisschen weit weg, aber was soll's. Oh, drei? Ah, wir haben vier. Die sind ja vier lang. Glaube ich, waren das zumindest. Dann brauchen wir die Karte nämlich nicht immer neu setzen. So, dann können wir jetzt hier einfach langfahren. Und vorher hacken wir nochmal uns ein bisschen was frei. So, dann steht hier alles im Weg. Auf jeden Fall haben wir so mehr als genug Stein erstmal. Ich weiß ja noch nicht, wie weit wir damit kommen. Aber ich denke, dadurch, dass der ganze Berg hier so sein wird, dürften wir hier genug kriegen. Gut, dann hacken wir da drüben noch ein bisschen rum. So. 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 Ich glaube, so können wir das nehmen. Und jetzt versuchen wir hier mit der Karre hochzufahren. Moment, wir können ja eigentlich noch... So ein bisschen wenigstens. Obwohl, dann machen wir wieder nur eine zweispurige und dann meckert es wieder rum, weil... Weil... Weil, weil... Ist halt so. Wir testen's einfach. Mehr als unsere Karre neu setzen, kann eh nicht passieren. Das hat aber jetzt erstaunlich gut funktioniert. So. Ich frage mich, ob Sachen hier einstürzen können. Wenn, dann werden wir wahrscheinlich diese Folge sterben. Lachen wir mal sehen. Ist übrigens erstaunlich, es ist schon wieder 10 Uhr abends. Gleich kommen Zombies. Hm. Oder auch nicht. Kommt sowieso nichts. Niemand. Freitag kommt nicht. Zombies kommen nicht. Welcher Wochentag ist heute eigentlich? Gibt es für mich auch sowas wie ein Wochenende? Achso, wir wollten übrigens noch das Buch lernen, das wir uns gerade geschrieben haben. Das haben wir jetzt, glaube ich, überhaupt nicht gemacht. Waren wir so auf unserem Boden fixiert. Aber der ist ja auch wichtig. Es ist alles wichtig. Wir machen nur wichtige Dinge. Wir sind eine wichtige Persönlichkeit. Naja. Vielleicht nicht wir, aber die Dinge, die wir tun, sind wichtig. Genauso wie das hier. Ich meine... Wer schaufelt freiwillig Steine? Ganze verdammte Zeit. Wenigstens haben wir jetzt wieder Nacht. Die beruhigende Musik. Alles ist schön. Könnten wir mal wieder ein bisschen die Stille genießen. Was ist denn, Wolf? Ich dachte, da läuft ein Büffel rum. Wie viel passt denn hier noch in diese verdammte Karre? Komm her. Komm her. Tja. Die Musik hat wieder aufgehört. Eigentlich schade, aber nicht ganz so schlimm. Super. Blöde Karre. Verarsch mich halt. So wie du es schon immer machst. Seitdem ich dich gebaut habe. Ich werde dich Pinocchio nennen. Kannst du dir hier eine Grille als Freund suchen und sie Charlie nennen. Wie ist die Grille Charlie? Oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr. Naja. Wie auch immer. Wir müssen den Boden bauen. Wir haben keine Zeit. Auffüllen, auffüllen, auffüllen. So. So. Den Rest können wir eigentlich von... Also das können wir von außen machen. Theoretisch. Aber wir nehmen es gleich mit. So. Ich muss die beiden mal irgendwie näher zusammenlegen. So. Also eins müssen wir offen lassen. Sonst wären wir an das... Oh. Du bist zu ruhig zum arbeiten. Sonst wären wir an das unter der Kiste nicht mehr rangekommen. So. Dann füll mich mal auf, wenn ich zu hungrig bin. So. Wunderbar. Wieder voll einsatzfähig. Wir brauchen Steine. So viele Steine. Zing, zing, zing. Ach, die anderen machen wir dann von außen. Aber Moment. Wir können das gar nicht nur von außen machen, weil... Hier ist ja die Kante. Ja. Genau sowas dachte ich mir gerade. Ähm. Können wir vielleicht... Gut. So war das jetzt nicht geplant, weil jetzt kommen wir hier wahrscheinlich nie wieder raus. Ach doch. Gott sei Dank. Ähm. Wir können nicht ablegen, wenn wir... Das heißt, wir legen da ab. Und... Ja. Genau so. Wir müssen hier erstmal eine Ladung runterbringen. Das ist ganz schön, äh... Man muss halt aufpassen, dass man überall noch ran kommt. Das ist ja 100 Projekt, Alter. Ein kleines Haus. Du kommst einfach nicht vorwärts. Wir machen das jetzt mal auf eine Ebene. Dann ist das leichter. Können wir da hinten vielleicht auffüllen? Ja, wunderbar. Nein. Jetzt. So, dann können wir die anderen hier nämlich gerade machen. Dann haben wir eine durchgehende Fünferreihe und die können wir jetzt hochziehen. So, dann wird die wieder platt getrampelt. Wunderbar. Und dann können wir einfach nur noch auffüllen. Oh. So war das jetzt nicht geplant. Gib mir das her. Ja. So. Hier können wir alles schon von oben machen. Das ist gut. Ich hoffe, dass dieser Boden hält, ey. Nicht, dass wir uns die ganze Arbeit hier umsonst machen. Mhm. Weil dann wird es auch schwieriger. Einfach mal schnell. Ähm. Ne? Und so. Verstehst du, was ich meine? Was ich sagen wollte, einfach mal hier so einen Stein rauszunehmen und das wieder aufzufüllen. So. Ein bisschen. Nein. Die Karre ist schon wieder leer. Oh, Karre, du bist echt anstrengend. So. Wir wollten aber mal hier Butchery lernen. So. Jetzt können wir vielleicht irgendwas weiteres machen. Irgendwas weiteres. So. So. Wenn man mir sagt, wo Butchery ist. Survival vielleicht. Nö. 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 33 Bretter. Können wir hier gerade Bretter erstellen? Ja, könnten gleich 100 machen. Ich glaube, wir machen gleich 100. Wir müssen eh neue Steine holen. Oh, oh, ja, ja, los, los. Wunderbar. Ich glaube, wir fahren jetzt mal an die Ecke. Den werden wir zwischendurch diesmal hacken. Erstmal wegschaufeln. Ich glaube, wir fahren jetzt mal an die Ecke. Ich glaube, wir fahren jetzt mal an die Ecke. Ich glaube, wir fahren jetzt mal an die Ecke. Wir fahren jetzt mal an die Ecke.